Jo Leute, Pyro Premium hier. Kleine Ankündigung, mein Special Video, was ich bei YouTube gestern versucht habe hochzuladen, was 6 Stunden gedauert hat und dann nicht geklappt hat, weil es gesperrt wurde, da da Musik drin vorkommt, wo die GEMA Rechte drauf für sich beansprucht. Wie auch immer, ich habe das Video jetzt bei Vimeo hochgeladen und ich schicke euch gleich den Link unten rein, in die Beschreibung, dann könnt ihr euch da angucken, mein kleines 100-Abo-Special, 100-Abonnetten-Special. Vielen Dank für eure Unterstützung, richtig Hammer und das nächste Video hier bei YouTube wird die Heron 16-2 sein und danach kommt eine Garo-Batterie, beide von Silvester geschossen und schaut gerne bei Vimeo rein und zieht euch das Video rein für einen großen Abschlussfeuerwerk vom Vorschießen von Rohrfeuerwerk. Lohnt sich. Okay, haut rein. Ciao. Bis zum nächsten Mal.